ja minecraft redstone zeugs okay ich muss es ach so ja so okay die pfeile sind jetzt hier weg ja schwierigkeiten wieso wird er rausgesaugt ach heißt moment das heißt dann weil der ja zeugs nach unten gibt heißt sie müssen so rum machen jetzt müsste es gehen genau bis 18 es mit dem 18 müsste ich nicht mal nur tun ich müsste nur so machen muss weil wenn pfeile reinkommen ich muss nur erkennen dass wenn zu viele pfeile drin sind das halt die weitergegeben werden und trotzdem pfeile erhalten bleiben weil sonst ist der hopper hier irgendwann komplett voll also so und die pfeile würden weitergehen aber so geht es so lange herunter bis hier komm schon 18 sind oder manchmal noch 17 und die pfeile werden dann hier nach unten transportiert wo ich dann was mache ich da tun oder ein dispenser dropper wäre glaube ich besser da muss ich jetzt wieder wobei das geht hier unten schlecht also mache ich truhen so chest ich denke nicht dass jemand so viele pfeile damit verschwendet so okay heißt hier kann ich gar nicht zu machen heißt sie macht es so so sie hier noch wieder pfeile reintun 18 so verdammt auch eine stufe sie zeit immer noch mache ich seit so den dropper mal kurz weg verdammt ich bin ja da immer diese probleme so so eine zwei hopper ja doch hopper passt und dann zu machen so verdammt verdammt ich hab den falsch rum rein also moment das ist jetzt schwierig ich kann hier doch so machen hier so gehe ich da rüber und mach den block hier wieder weg auch wenn dann nichts versperren würde so und so na endlich okay heißt ich kann jetzt zum beispiel machen ich habe stein wieso auch immer ja funktioniert das habe ich nur okay die lampe blinkt immer noch weil ich vergessen habe dass das ganze er blinkt doch also stein funktioniert und pfeile wir haben jetzt mal einen halben stack oh ich habe viel zu viele level und wieso funktioniert es mit dem pfeilen xp minus 833 11 von happy white game so game mode one arose arose game mode mach ich nur ne game mode und d es funktioniert es wieso hat es gerade eben nicht funktioniert game mode one boah boah mhm 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 so dadurch wieso gehen das immer an oder aus also hier sind noch 18 hier ist ein pfeil drin das ist wurscht wie viele pfeile da drin sind und hier kann ich es nicht aufmachen hier sind gar keine drin sondern hier staunen sich alle weil hier redstone ist verdammt dadurch dass es mhm einmal an und aus geht mhm 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 das mhm mh die sozusagen zwei Funktionen, geben und ziehen. Und wenn Hopper so mit Redstone, also der hier, der unten, der wird mit Redstone gepowert und deshalb kann er nichts ziehen und nichts geben. Dadurch, dass der aber hier drauf zeigt, kann der was geben. Und der gibt es dem. Also dem werden die ganze Zeit Pfeile gegeben. Der kann sie aber nicht weitergeben, der hier unten, weil der eben mit Redstone gepowert ist. Und dadurch, dass hier unten der hier aber die Pfeile wieder rauszieht, gehen die trotzdem in die Truhe rein. Tja. So. Und jetzt funktioniert das hier. Heißt, ich kann Block of... Okay, das ist nicht so viel immer. 16 Pfeile. So. Und jetzt kann ich Pfeile reingeben. Und es passiert nichts. Everything works. Na ja. So. Das war jetzt schon wieder eine halbe Stunde, glaube ich. Nur an dem rum. Aber ich werde, glaube ich, das in mehrere Folgen einteilen. In so 20 Minuten oder so. Ich bin mir aber nicht sicher. So. Solange brauche ich an so einer kleinen Scheiße. Ähm. Dann, was kann ich denn noch zeigen? Also hier sind die Upgrades. Da fehlen noch welche. Äh. Da fehlen noch welche. Dann hier ist ja der Kampfraum. Und das komplette Minispiel besteht, denke ich mal, werde ich machen. Äh. Äh. Nein. Besteht aus 30 Waves. Die sind je nach Schwierigkeit anders. Und ich mache in einem so einem Raum sind 10 Waves. Dann kommt man zum nächsten. Habe ich schon mal gebaut. Der dritte fehlt noch. Und das hier ist halt Eis. Mit so einem Wasserfall, der zugefroren ist. Der auf so eine Platte gefallen ist. Und die See hier übergeht. Und Igloo. Und was weiß ich. Und. Ja. Da glaube ich, dass ich halt. Moment, jetzt muss ich gerade was gucken. Genau.